Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um eine Hanseatik Spülmaschine und wie man den Härtegrad einstellt. Zuerst das Gerät einschalten. Dann 5 Sekunden Startpause gedrückt halten bis Klarspüler und Salz abwechselnd blinkt. Mittels des Startpause kann man die verschiedenen Härtegrade durchschalten. Aus der eingeblendeten Tabelle könnt ihr den passenden Härtegrad für euch übernehmen und einstellen. Wenn ihr ein paar Sekunden keine Eingabe tätig kommt die Maschine automatisch zurück in die normale Bedienüberfläche. Hier zeige ich bloß kurz dass ich aus der Programmierung raus bin nach den paar Sekunden und danach überprüfe ich ob der Wert den ich eingestellt habe gespeichert worden ist. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao! Bis zum nächsten Mal!